Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren Video von mir und heute wollen wir der Frage nachgehen, wie kann man wirklich den maximalen Schaden aus seinem Sturmgewehr holen. Wenn ihr schon immer die Möglichkeit haben wolltet, einen Build oder Guide ganz in Ruhe nachzulesen, dann habe ich einen Tipp für euch. Spiellexikon. Wie ich ja in meinem letzten The Division Video versprochen hatte, gibt es jetzt einen weiteren Guide von mir auf Spiellexikon und zwar meinen High DPS Build. Das Ganze ist natürlich wieder ausführlich beschrieben und es gibt auch jede Menge Bilder. Wenn ihr reinschauen wollt, dann findet ihr jetzt einen Link in der Videobeschreibung. Darüber hinaus bietet euch Spiellexikon natürlich nicht nur Guides zu The Division, sondern auch zu jede Menge anderen Spielen und obendrein wird das Ganze natürlich ständig erweitert und upgedatet. Von daher schaut rein, bei Spiellexikon lohnt sich auf jeden Fall. Ich wollte dieses Video schon vor einer ganzen Weile machen und habe es jetzt auch schon mehrfach bei mir im Stream gezeigt, was ich tue, um wirklich hier den maximalen Schaden rauszuholen. Es geht also heute weniger darum, was für Equipment ich trage, sondern vielmehr um meine Waffen und Talente. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein, was ich denn hier dabei habe und wie ich das Ganze anstelle. Heute geht es, wie gesagt, hier nicht um das Equipment. Das ist ein ganz normales Sturmgewehrbild. Solltet ihr doch so ein Video sehen wollen, schreibt es mir rein in die Kommentare. Wenn genug Leute daran interessiert sind, dann zeige ich euch auch dazu nochmal ein Bild. Auf was wir heute eingehen, ist erstmal die Waffe. Und ich spiele hier eine FAMAS. Ihr könntet genauso gut, aber auch eine M4-Polizei-Version spielen oder jedes andere Sturmgewehr, wenn euch das liegt. Und die FAMAS, ihr seht es bei mir, hat 104k Schaden. Und wenn ihr jetzt natürlich hergehen würdet und würdet eine AKM nehmen zum Beispiel, die hat 144.000 Schaden, dann macht ihr natürlich noch mehr Schaden mit der Waffe. Allerdings geht es nicht darum, dass ihr den maximalen Schaden pro Kugel rausholt, weil dann könnt ihr nämlich auch Sniper spielen. Sondern es geht natürlich auch um eine gewisse Schussfrequenz. Und ich habe hier 900 Schuss die Minute und hätte ich jetzt so eine AKM, dann hätte ich natürlich nur 600 Schuss die Minute. Und der Unterschied von 300 Schuss die Minute, das macht doch einiges. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt mit der einzelnen Kugel den maximalen Schaden raushol, sondern aus dem Sturmgewehr, mit dem ich eben den besten Burst oder den besten Schaden habe, dass ich da den Schaden nochmal maximiere. Und wie kann ich das Ganze tun? Ihr seht, ich habe hier auf meiner Waffe, die ist übrigens nicht maxed out, ihr seht hier wäre durchaus nochmal einiges drin. Da würden die Schadenszahlen natürlich noch höher sein. Ansonsten habe ich hier synchronisiert drauf. Warum synchronisiert? Ganz einfach deshalb, weil ich hier bis zu 30% mehr Waffenschaden rausholen kann. Und wie das dann funktioniert im Einsatz, das habt ihr vielleicht schon im Gameplay gesehen, darauf gehe ich aber gleich noch ein. Also ganz wichtig, wenn ihr eine FVMAS spielt, wenn ihr eine M4 spielt oder eine andere Waffe, ihr müsst synchronisiert drauf haben. Ansonsten haben wir die Waffe natürlich auch ganz normal gefittet, wie das ist bei so einem Sturmgewehrbild. Wir haben natürlich hauptsächlich auf kritische Treffer Schaden und kritische Treffer Chance Wert gelegt. Und ansonsten haben wir ganz wichtig hier noch einen Achter Scope dabei. Denn das brauchen wir, denn wir haben auf der Brust ein Talent, was zwingend einen Achter Scope braucht. Und das liegt natürlich nicht jedem von der Spielweise, aber wenn ihr den maximalen Schaden machen wollt, dann seid ihr eben schon gezwungen hier auf dieses Achter Scope zurückzugreifen. Und jetzt schauen wir ganz kurz hier natürlich noch im Wucksack. Da haben wir natürlich auch, ihr seht es hier, ein Talent drauf, was uns auch wieder maximalen Schaden gibt. Und zwar kriegen wir hier nochmal 25% Waffenschaden. Das kennt ihr, das ist Wachsamkeit, ganz gutes Talent. Funktioniert natürlich in der Gruppe sehr gut, wenn ihr dann nicht so stark beschossen werdet, wie wenn ihr solo unterwegs seid. Dann haben wir hier nochmal auf der Brust, ganz klar, ist ein Fenris Brust, damit ich mehr Sturmgewehrschaden bekomme. Ihr könntet theoretisch auch eine andere Kombination hier wählen. Ich habe jetzt in meinem Fall hier die Fenris Brust dabei und hier ist Fokus drauf. Und bei Fokus ist es so, wie gesagt, ihr müsst einen Achter Scope haben. Und wenn ihr jetzt hier durch das Scope durchschaut, dann habt ihr alle Sekunde 5% mehr Waffenschaden. Und zwar bis zu einem Maximum von 50%. Und da kommt wirklich jede Menge zusammen. Überlegt mal, die Waffe gibt euch 30%, die Brust jetzt hier, der Fokus gibt euch 50% und der Rucksack gibt euch nochmal 25%. Da ist halt so jede Menge Waffenschaden am Start und damit kann man dann eben auch enormen Schaden machen. Und ich zeige euch das mal ganz kurz unten am Schießstand. Ich bin jetzt hier unten am Schießstand und werde jetzt ein Sniper Turret benutzen. Ganz einfach deshalb, damit ihr ein bisschen besser die Damage zahlen seht. Normalerweise benutzen wir kein Sniper Turret, sondern nur jetzt hier unten am Schießstand. Und auf die Fertigkeiten komme ich gleich. Und ihr habt es gerade eben gesehen, hier mache ich fast 1,1 Millionen Schaden. Und dass das kein Zufall ist, das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und wenn wir jetzt hier auf Ziel schießen, dann seht ihr nochmal 1, oder fast 1,1 Millionen Schaden. Ich hatte ja gerade eben unten am Schießstand gesagt, dass ich normalerweise kein Sniper Turret benutze, sondern ich benutze als Fertigkeit normalerweise ein ganz normales Turret oder eben die Stürmerdrohne. Und hätte ich die jetzt unten am Schießstand benutzt, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dann schießen die halt so schnell drauf, dass ihr schlecht die Damage zahlen vom Sturmgewehr gesehen hättet. Deswegen habe ich mich da unten jetzt kurz dazu entschlossen. Normalerweise spielt ihr aber eben mit einem Geschützturm oder mit der Drohne. Und die findet ihr natürlich, dass sie möglichst lange stehen und möglichst viel aushalten und natürlich auch möglichst viel Schaden machen. Denn den kann man schon durchaus mitnehmen. Wann benutze ich jetzt so einen Geschützturm? Ich benutze so einen Geschützturm immer dann, wenn ich weiß, dass es ein bisschen länger dauert und dass die Gegner meine Fertigkeit beschießen. Denn so ein Geschützturm hält einfach ein bisschen mehr aus. Und wann benutze ich eine Drohne? Immer dann, wenn ich natürlich besonders flexibel sein möchte. Und ansonsten habt ihr natürlich hier den ganz normalen Hive dabei und den benutzt ihr halt, damit ihr aufgehoben werdet, falls es dann doch mal eng wird. Ganz kurz nochmal hier zu unserer Spezialisierung. Spezialisierung. Ihr seht, ich habe den Gunner dabei und den benutze ich immer dann, wenn ich alleine unterwegs bin. Denn über den Gunner könnt ihr ja pro getöteten Gegner immer 10% Rüstung zurückbekommen. Das müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe nur immer das Gefühl, das bietet mir ein bisschen mehr Überlebenspotenzial. Ansonsten bekommt ihr auch ein bisschen Munition zurück. Und ihr habt halt diese erhöhte Schussfrequenz für 5 Sekunden. Was ihr noch reinnehmen könntet, wäre natürlich der Techniker. Wenn ihr den Techniker dabei habt, dann bekommt ihr ja einen Fertigkeitenrang. Und das bedeutet, dass sowohl euer Turret wie auch eure Drohne etwas mehr aushalten und natürlich etwas mehr Schaden machen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wann kann man so ein Bild überhaupt spielen? Ihr könnt den Bild natürlich solo spielen. Das heißt, ihr habt es in meinem Gameplay gesehen. Wenn ihr alleine unterwegs seid, das ist gar kein Problem. Kommt man mit diesem Bild wirklich sehr gut durch. Müsst natürlich ein bisschen aufpassen, weil ihr halt ansonsten keine Heilfertigkeiten dabei habt. Aber es funktioniert wirklich sehr gut. Ihr könnt diesen Bild aber auch in der Gruppe spielen. In der Gruppe habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr nicht allein das Ziel seid, sondern dass die Gegner eben auch auf eure Teammates schießen. Und damit habt ihr ein bisschen mehr Ruhe und könnt die Gegner stärker in den Fokus nehmen. Wo dieser Bild auch richtig gut ist, ist beim ersten Boss und zwar vom neuen Raid. Da ist es ja so, dass man den Boss normalerweise totbursten will. Man will also in kurzer Zeit möglichst viel Schaden auf diesen Boss machen. Und ihr könnt dann immer schon ein bisschen voraimen, schon durch den Scope schauen, damit ihr wirklich den Buff von Fokus voll aufgeladen habt. Schmeißt euer Turret, fokussiert das Ziel und dann, wenn es soweit ist, wenn ihr Schaden auf den Boss machen könnt, dann burstet er hier richtig ordentlich raus und dann werdet ihr sehen, dass ihr jede Menge Schaden an so einem Gegner machen könnt. Solltet ihr Fragen haben, haut es mir rein in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen wirklich gerne. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit Fragen in meinem Stream auf Twitch stellen. Schaut einfach mal vorbei, da streame ich mehrfach die Woche. Und jetzt würde ich mich natürlich wie immer auch über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos für euch. Und in der Mitte, da habt ihr den Follow-Button. Jetzt draufklicken, Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in The Division 2. Euer Latan.